mit meinem neuen mic die songqualität ist wunderbar ich befinde mich gerade auf dem weg zum abo treff jetzt erst mal treffe ich mich mit nahi eke den kennen bestimmt manche von euch und dann geht es mit ihm zusammen zum ostbahnhof wo das abo treffen angesagt ist angekündigt ist wie auch immer ich bin so aufgeregt ha 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 ich bin aufgeregt wie ein kleines kind an weihnachten ich bin gespannt wie viele kommen ich habe auf jeden fall in edding dabei und so 50 bis 100 sticker ich hoffe das reicht aber müsste ja also mit mehr leuten rechne ich auf jeden fall nicht aber wäre krass wenn schon naja leute stay tuned bis gleich und wie viele denkst du sind da ist übel schwer ja aber das ist ja ganz deutschland na gucken was geht ab tschüss wie viele leute ey also schwede hallo krass ok hallo ich bin cover cue krass wie viele leute nicht schlecht ok bitte so ja ok na bitte moin wasser Was? Aber ist zu groß, Alter. Muss doch, Digga! Sonst kann man nicht filtern. Ja, kein Problem. Ich hab einen langen Arm. Okay, bitte. Ja. Kava Q, dir hängt hier ein Kabel raus, ne? Hier hängt ein Kabel bei dir. Nein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020